Die Diskussion, die darum entbrennt, ist, ob das gemäß der Religionsfreiheit noch verfassungskonform sei, ob das Kreuz als Zeichen bayerischer Lebensart unabhängig von religiöser Symbolik verstanden werden kann, ob es dem Christentum hilft, wenn es da hängt, und so weiter. Friedrich Schiller und sein Wilhelm Tell können aber den Blick darauf lenken, was Söder tatsächlich antreibt, und darauf, was diese Verordnung mit den Menschen macht, die davon betroffen sind, und zwar, wenn wir das Kreuz als eine mildere Form des Gesslerhutes verstehen. Wer oder was ist das? Gessler ist in Schillers Wilhelm Tell der Landvogt, der als Vertreter einer fremden Macht, der Habsburger, in der Schweiz ein Unterdrückungsregime ausübt, gegen das Tell aufbegehren wird. Es werden Leute verhaftet, ermordet, gequält, aber der Höhepunkt der Demütigung scheint nichts weiter als ein Zeichen zu sein. In der dritten Szene des ersten Aktes verkündet der Ausrufer, »Ihr seht diesen Hut, Männer von Uri, aufrichten wird man ihn auf hoher Säule, mitten in Altdorf, an dem höchsten Ort. Und dieses ist des Landvogts Will und Meinung. Dem Hut soll gleiche Ehre wie ihm selbst geschehen. Man soll ihn mit gebogenem Knie und mit entblößtem Haupt verehren. Daran will der König die Gehorsamen erkennen. Verfallen ist mit seinem Leib und Gut, dem Könige, wer das Gebot verachtet.« Der Hut ist eine Machtdemonstration. Nichts anderes ist das Kreuz in den bayerischen Landesämtern. Eine Demonstration, wer das Sagen hat. Man muss als Einzelner zwar nicht vor ihm das Knie beugen, aber die einzelnen Ämter müssen sich vor Söder beugen und das Kreuz an die Wand nageln. Wer sich auf der Seite derjenigen sieht, die das Sagen haben, kann sich gut damit fühlen. Für die anderen, sie mögen vielleicht weniger als 50 Prozent sein, ist es eine Demütigung, die mit dem, was das Kreuz wirklich bedeutet, nichts zu tun hat, sondern allein damit, dass man hinnehmen soll, wie ein sachgrundloser Erlass Zeichen setzt. Wahrscheinlich ist es nur deshalb das Kreuz, weil ein Söder-Porträt nach dem Vorbild von Lukaschenko dann doch nicht durchsetzbar gewesen wäre.